warum muss um 10 um sich nur ganz kurz weg die ganzen weiter geht es noch mal schön ich bin der 18 wenn er wahrscheinlich nicht und 97 ok Ok. Sehr schön. Schön. Schön, schön, schön. Was wird denn hier auf dem Feuerchen? Weich. Ah. Geht doch, wenn das Feuer nicht ausmacht, sondern es halt nur mal reinguckt. Wie gesagt, die zwei sind noch drin und wie gesagt immer schön aus dem Schränkchen gegeben. Ja, hab ich. Ja, dann kann man... Dann mal Blöckchen. Geht's noch? Dann kann man... Kann man auch mal da schön. Ich gucke mal gerade, was man dann auch so kochen kann. Was kann man denn mal machen? Wir können mal. Machst du das Feuer dann aus? Ja, ich mach's voll aus. Hm, ich könnte mal so'n Energy Brew machen. Okay, wenn die Bären jetzt verwelken, verschwinden sie aus dem Inventar, wie's aussieht. Ja. Aber das gibt's doch immer schon. Die waren halt immer weg. Ich hab' schon nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Nee, da steht immer oben, äh, die sind gespoilt. Das einzige, was dir da halten bleibt, ist das Miet, weil das kannst du gebrauchen. Okay. Ja, gut, du bist, hab' schon nie drauf geachtet. Ja. Ja. So. Dann wollen wir jetzt mal kochen. Mal einen neuen Kochen. Okay, die hab' ich noch. Ein paar Karoffen, die hab' ich nicht. Mach' nochmal Azul-Berries. 20, da war welche und Stimulant. Hm, okay. Hm. Ich lehre mich gerade mal aus am kochen. Geister. 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 Ja, gut. Gut. Bei Try, soll's sie doch nicht angreifen. Ich habe ein paar vorderer. Was hat er denn, Ani? Ich bin äh, den Treseratops. wollten er für zwei drei ja so auch mal besorgen und bin dabei dämmerlich gestorben jetzt muss ich erst mal meine anti sachen wieder besorgen wir noch irgendwo in der kochstelle ja da müssen wir nur noch gucken dass ja ich weiß halt nicht wie groß das machen wollen wer glaubt es ist wenn alle die Wände ausstellt er so ein bisschen die Forschung hat wie viel Raum wir brauchen okay hier ist auch ja das ist ja ähm auch du kommt den Grünen runter macht man einfach ein Tor rein und macht einfach in der nicht auf eine Heizplatte stellen das kostet eben ähm ein bisschen Wut, Necrotic Weight ist drinne Fiver Flint da war schon ein bisschen was drinne äh ich kann auch noch die Schildkröte platt mal dann komm ich wieder ausleeren das ist doch geil wie schnell die noch wachsen der Baum schleicht sich an mich heran ja da liege ich hm ich hab mich wieder gebunden also ich bin wieder mach mein Elementar wieder ich bin start ich bin in Schwemmunterricht ach äh Nico wehrt unser erstes Dino-Ei zu anfangen wir wissen aber noch nicht wie wir die ähm aufziehen können so kann sie ausbrüten ach keine Ahnung die halten sich aber ohne Ende auch lange Holz, 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 Holz naja ein bisschen Holz hab ich dabei Trank bauen so Wände bauen ja damit meins, meins ihr Setz kannst noch haben ich brauche nicht wehen und das ist alles ah nackter Mann was? nackter Mann? vier Wände kannst du bauen dann muss ich ja nochmal hoch nein äh ja ok alles gut da hab ich nämlich meine Leiche die Sachen angezogen pfff ha 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 oh hier ist das nächste Highlight Video ja es ist ähm ähm schon nicht verkehrt ne ha 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 Leute 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 nur mich bei dir lachen ohne Ende followt mich followt mich followt mich und netberat weia 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 ja wie gesagt bei den Folgen verlinken wir genau äh wenn ihr wisst von wem wir reden die eh die jeweiligen Kanäle habt ihr in den alten Folgen auch schon gesehen mhm wenn wir uns so beibehalten das war eigentlich richtig gut aber ich musste so lachen wie ich auf einmal ein E-Mail von ihr bekommen hab da hatte ich das alles schon erledigt gehabt haha ich wollte nur gucken ich hatte es genau so wie du vorhin gesprochen hast äh genau so hab ich es gemacht hahaha Junalia wird gerade vom Weißen direkt gejagt hahaha sehr klein Niko sieht man da oben gar nichts aus Mann hau ab hau aaaab mach dich in die Tür rein hau mach dich gleich in die Büchse nee jchlaa naa Niko geh mal ins Landesinnere hinter dem Wald und düng da mal die ganzen Fische aus da kannst du mal ein Leveln und zum anderen vielleicht hast du Glück mit Prime Meat weil ich hab da keine Chance auf einen Karten Warte ich hab ich schon die ganze Zeit da kam ich doch her ich war doch ganz im Norden da nicht von da oben wo ich letzt gesagt habe, Leute, ich brauche Hilfe. Keine Ahnung. Ich war wirklich ganz im Norden. Ganz im Norden, der Insel. Direkt neben dem roten Ark. Nee, nee, ich meine hier bei uns. Auf der Insel, in die Mitte der Insel. Da sind doch voll viele Dino auf einem Haufen. Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Oh, okay. Alter, wir brauchen 5.000 Damen. Ja, das brauchen wir. Das Zeug muss hier unten runter. Oh, wie oft der Dino kackt, ey. Immer einsammeln, bitte. Ey, da muss ich ja alle probieren. Da muss ich absteigen. Wir sind ein paar Dinos, ja. Ja, ja, ja. Ja, sag ich ja. Finale, hast du etwa die Tür abgeschlossen? Nein. Ich wollte gerade sagen. Außerdem bin ich Holzhack. Ich wollte gerade sagen. Ich muss jetzt aber nicht, ich muss jetzt aber jetzt nicht die Tür abschließen. Seht ihr das? Aus Angst vor dem Dino. Das sehen wir. Habt ihr jetzt mal den Kills gesehen? Nein. Okay, das ist fertig. Ich bin jetzt nicht wirklich. Kocht ihr jetzt das oder kocht ihr das jetzt nicht? Oh, fuck. Language. Ähm. Ich hab da auch schon Probleme gehört. Ja, ich hab gerade alle Trikes am Hals irgendwie. Genau. Und jetzt heißt es nur noch rennen. Nein. Jetzt heißt es weiß. Okay. Weißen schon down. Krass. Wir fehlen noch. Ich finde das ganz toll, wie Yuna jetzt immer nicht in die Tür kommt, dass man muss kein Dino reinkommen. Weißen down. Und dann guckt sie immer. Einer fehlt noch. Ist auch kein Dino? Alle down. Krass, also ich hab davon Probleme gehabt. Ja gut, ähm. Der beißt hier einmal zu und dann ist, ähm. Das ist wunderschön. Ja, wobei, wie gesagt, mit dem Kanon krieg ich auch schon lange hält sie jetzt Platz. Level 18. Die Hälfte von Lein-Nolls habe ich jetzt. Bitte? Mach das noch mal. Noch mal ein paar Dinus-Fullen hier. Ja, da kannst du leveln halt, ne? Ziemlich geil. Wenn man es mit dem Dino kann. Erster down. Oh, hier hab ich 30 FPS. Wow. Ich kann es halt wie gesagt nicht machen. Ey, da wo die meisten Dinos sind, hab ich 30 FPS. WTF. Ja, schön für denjenigen, der mich bei der Eingeladen hat. Eingeladen? Ich weiß grad nicht, wer, wo was mich für Eingeladen hat, angesiedelt hat bei uns noch. Auch in Steam. Hey. In die kleine Kiste neben dem Küchen, dem Küchenfeuer, da packe ich mal die Narkotix in die Stimminent rein. Bei mir geht so langsam der Platz aus in den Mörser. Erstmal grad ein paar Dinos hier pullen. Sag, da oben kannst du gut leveln, wenn du halt den passenden Dino hast. Im Karnum brauch ich mich nicht da hintrauen, das ist zu viel. Oh, ähm. Ja, die fäten mir grad ein bisschen Arzt. Aber ich muss grad immer Stamina auffüllen. Das sind sechs Stück. Ähm, okay. Nur noch drei. Nein, ein bisschen später, meinst du? Nur noch, äh, einer. Ja, ich komm schon von der anderen Richtung gleich hoch. Ich bin hier auch grad unten an der Insel. Nur grad die ganzen Trikes da weg. Also, ähm, Fleisch haben wir gleich, ähm, bisschen weiter. Moment. Wow, Fleisch aber immer massig. Äh, 306. Autsch. Ähm, haben wir, ähm, Prime Meat? Ja. Äh, ihr habt zwei Stück müssen da hinten im, äh, Dienstlein. Ähm, ich brauche, äh, drei zum Kochen. Das sind noch mehr von den Trikes. Ich baue noch relativ, äh, tief fix da oben nach. Das Problem ist halt nur, dass ich nicht so wendig bin. Boah, gut gelevelt, gelevelt noch. Aber nur, äh, dann weiß ich. Uns contain viel, lass mal von auch noch mal, ich schuld, okay. Jetzt pullen wir die mal alle wieder. Ach, da ist es im Wald, ich seh dich. Toll, wenn das mal kochen würde hier. Ja, guck dir mal an, wie leer das jetzt hier ist. Ja, um einiges leere, auf jeden Fall. Oh, hier sind es schon wieder neu gespawnt. 30,000. Ah, what? Da oben. Was ist das mit einer Spawn-Ration? Ja, ich sag ja, also hier, hatte ich ja das Problem. Ich hab so gut alles, äh, wie ausgedümmt gehabt. Denkst du, die letzten zwei holst du dir noch? Drehe mich so mal von mir, komm da massig von den Tieren auf mich zu, weißt du? Ein neues Spawn-Ration habe ich. Okay, alle sind in den Schrank rein. Und Schatz, wie du läufst mit deinem Level, soweit gut? Ein neues Spawn-Ration. Ja, das ist ein neues Spawn-Ration. Ja, das ist ein neues Spawn-Ration. Ja, das ist ein neues Spawn-Ration. Ja, deswegen lass ich dich das die ganze Zeit gerade machen, damit du ein bisschen Level abfrisst. Ah, ich könnte schon wieder Holz brauchen. Ich hab noch mal Holz rein! Schon zu spät, ist schon wieder weg. Musste schneller kommen. Genau. Hab Wände schon wieder gebaut. Und die Dame da durchgeht. 115 haben wir jetzt fertig. Das müsste reichen, oder? Boah. Sollten wir langsam anfangen mit den Dings. Wie gesagt, ich fände es halt interessanter, wenn da einer das macht, der ein bisschen einschätzen kann, was wir vom Radius brauchen. Okay. Wir können das ja zusammen machen. So, was brauchen wir denn da? Ich bin da hinten lang. Kröpfchen, komm her. Welche Wände? Achso, unten wo? Da sind wir doch. Wollen wir mal 15 Wände mit? Guck mal, guck mal an. Ach, da bist du da vorne. Ich wollte gerade sagen, welche Raufsauger hat sich den Hirn überschlagen. Da wird da oben spawns schon alles wieder ratzfatz neu, das ist Wahnsinn. Wollte ich mal ein Stego da drüben. Du? Ich? Nee, du. Ich bin gerade noch näher. Ach, voll. So, Fleischmangel ist es nicht schwer, definitiv nicht. Okay, gleich kochen. Oder in den Schrank tun. Oder in den Schrank tun. Haut haben wir auch massig. Ja. Oh, schön. Ich habe gerade rubberbending, so Dustin. So, gleich wieder Level ab, habe ich Level 26, sehr gut. So, was ist denn hier los? So, ich komme jetzt zurück. Äh, F. Es gibt doch noch was größeres als diese Räucherkammer da, ne? Ich glaube schon. Aber mit Strom. Okay, und wie schältst du den hier? Stromgenerator? Habe schon alles gesteilt. Ah, okay. Okay. Also was Strom angeht, äh, würde ich sagen, mal Leitungen anwalt. Aber dann brauchst du doch auch wieder, was brauchen wir da für Öl oder wie? Nee. Öh, Strom? Jo. Okay, aber das Öl lässt sich vor allem. Boah, sieht sehr schön leer aus. Und wie sieht es am Haus aus? Da ist noch alles sauber von, was das angeht. Ja. Das ist ein geiles Bild. Warte, oder? Möchte ich, Nico? Ich versuche mal einen Screenshot zu machen. Wie macht man den? F12, oder? F12. F12, oder? Ja. F12. Warte mal, warte mal, Nico. Warte mal, mach ich den? Den, 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 den. Den, den, den. Den, den, den. Den, den. Den, den, den. Den, den. Den, den. Okay. So. Ja. Ein paar Screenshots haben wir gemacht. Dankeschön. Sehr geil. Natürlich. Aber nein. 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 Aber nein. Ich war es da schieße. Nein. Kanns ein Haus wacke. Da sieht man hier. Wir sind so ein großer Stegger, oder so ein großer Broncosauros vorbeginacht. Mann! Nimm das Vieh aus dem Haus raus! Ich wollte nur mal den Kopf reinstecken. Du meinst, warum sie immer die Tür abschließt jetzt? Mann, hör auf! Jetzt ging das Feuer aus wegen dir noch! Ja, natürlich! Was? Echt, jetzt, wenn der Trampel hier lang geht und dort hinten geht das Feuer aus! Krass! Da ist kein Holzband drin, jetzt vom Pfeil. Ne, jetzt glaube ich, Niko. Jetzt glaube ich, stimmt Niko. Loll! Niko ist auch schuld an. In der allgemeinen Sonne haben wir beim Sommer. Ich hab zweimal Prime Meat, bringe ich euch mit rein. Wir haben so viel Fleisch hier drin. Ja. Du musst das mal sortieren auch. Mit der nicht quasi immer... ...alle drum liegt. ...kack der hier schon viel Haut hier drin. Ja. Auch alles raustun. Mit der Rhyme nicht. Das hab ich auch nicht mehr. Also Haut, die hab ich jetzt alles rausgeholt bei mir. So. Ah. Auch schon mal... Ganz im Ernst, der T-Rex ist ein großer Lagerraum. Das stimmt. Da brauchen wir nichts raussuchen. So, jetzt hab ich die Scheiße erstmal. Ja, in den Kompost hier. Ja, in den Kompost hier. Ja, in den Kompost hier. Ah. Und wenn wir nicht um eine Farm. Hm? Haben wir nicht um eine Farm. Und wenn wir nicht um eine Farm. Ne, ne, ne. Dann zieh ich dich an den Ohren drauf und dem Ding. Ja, nicht bewegen. Ey. Na? Warum hast du... Schau mir in die Augen und sei geblendet. Und sei geblendet? Was? Pfff. Ne Bergbündnis? Hihihi. Ähm. Mach mir mal lieber mal so ne metallene Axt. flieben. Da oben auf der Kiste ist. Die SkTu bildern. Das. Wo? O. Der Moos. Weiter auf bei mir. Schon weiter auf. Da sind nicht schön. Schön, wenn du stilles steht. Philosophieren wir hier jetzt über Dinosaurier, oder wie? Also, ich mag die hier lieber. Die wackeln aber genauso, ist das Problem. Ich auch. Andi treten, der steht hinter dir. So, jetzt einmal bitte packen. Oh. Ja, klar. Ah, ohne Worte, ohne Worte. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ich hab grad einfach mal Z gedrückt und wollte gucken, ob das funktioniert. Und das hatte funktioniert. Nee, es hat nicht funktioniert, es kam nichts runter. Es rollte an ihm vorbei, sagen wir so. Ja. Es war ein Rolling Stone, ähm. Ja. Rolling Stone, das war's. Rolling Shit. Rolling Shitfire. Shit, rolling, 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 rolling. Wahre, glaub ich. Oh, hier so ein Aussichtspunkt, wär auch geil. Hatte sich glaub ich der Sänger des Songs-Arts gedacht. Oder dann oben auf der höchsten Stelle der Insel. Na, hier müssen wir schon einen machen werden. Aber ich muss erst mal rausfinden. Da ist ein grüner Arc auf der kleinen Insel. Ja, ja, ich bin da hin. Weißt du, hier gibt's auch nur grün und blaue und weiße Arts. Da hinten gibt's lila, ne rote. Da hinten gibt's ja dafür, wenn du musst ja hinterher erstmal ein bisschen dein Level hoch kriegen. Das ist auch, das ist allerdings, weil hier ist. Da ist noch ein Gründer, ganz hinten kommen, in Norden. Die kommen hier gar nicht an. Aber es gibt es geht und es ist doch, die Insel ist doch leicht verteilt. Da hinten ist wohl mehr böse Fiecher. Das macht ja keinen Sinn, auf dem Grunde, weil dann fängst du einfach im Norden an. Dann fängst du automatisch bei den großen Sachen an. Ja. Oder meint, ob sich das dann andersrum verteilt. Machst du mir jetzt mal eine metallene Axt und so was? Wie kann man die reparieren? Was ich oben in der Mitte habe. Ah, ok. Hm. Hat er nicht gekocht? Ich glaube, die Kochrezepte funktionieren nicht. Deswegen nennt sich Smitty. Smitty. Aber erstmal brauche ich, wenn ich jetzt mal kaputt gemacht habe. So. 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 drinne. Der Zwille? Ja, meine erste Zwille. Oh, die erste Zwille. Die düst. Oh, hier sind Wasserpipes drinne. Das ist mal Crop-Pot habe ich hier drinne. Sehr gut, die brauchen wir auch. Ich ne Hose. Mit. Brauchst du noch Holz? Acht Stück sind noch im Schrank. Wie viel Holz brauchst du denn? Ich hab noch 12. Wo bist du denn? Wo ist mein Eisen hin? Was ich hier in die Kiste getan hatte? Hier hinten in die andere Kiste. Die sind viele Kisten. Hinten, die zweite von hinten. Äh, ja, diese Angabe ist, ähm... Die zweite, wenn du nach hinten gehst, auf der rechten Seite, wenn du nach hinten vor der Wand schlägst, vor der Wand schlägst, vor der Wand schlägt. Vielleicht, dann komm, was machen. Mal dich gleich mal. Und übrigens haben wir elf Öl. Ja, ich weiß, das hab ich auch schon von Öl gesehen. Die hab ich nicht, also ich habe einen Megalodon versucht zu sehen, äh... Wasser gefunden. Steck mal in die Refining Forge, die steck mal da rein. Ach, scheiße, ich... Äh, äh, ich brauch Sparkling Powder. Stimmt. Ähm, hinten vor, jetzt auf der linken Seite. Nein, auch, sag ich auch an der gleichen Kiste drin, wo das Metall war. Boah, wir haben vorne eine Sparkling Powder Kiste. Mhm. Haben aber Sparkling Powder in der hintersten Kiste. Japp. Wow. Wir haben ja nicht gesagt, dass wir Sinn machen hier. Nee, wir machen gar keinen Sinn. Wir sind einfach nur random Dudes, die... Wo haben wir... Wo haben wir denn eine Sparkling Powder Kiste? So. Wer zur Hölle? Wer zur Hölle? Was? Oh! Was war das jetzt? Oh, oh! Ein Raptor! Ein Raptor bei dem weißen Ark. Und dann... Metal in... Baumaterialien... Stowenpipes, Stasen, Immigration... Gedönse, Blöööööö Malt mal Crop-Port tue ich hier dem Baumaterialien mit rein, ne. Ja, bitte... 47 Holz toue ich in den Holzschrank mit rein. Holzschrank ja. Kann ich doch eins machen. Moment, brauchen die Here Connisholz. Nico, brauchst du noch Holz? Nein. Okay. So, wenn auch eine eine Wasserflasche braucht, Water Skin, hau ich auch in die... Du gleich mal in die... In den Dings rein, in den, ähm... Wo das Wasser im Haus ist. Kannst die auch aufmachen. Dann sind die auch immer gleich voll. So... So. Schön. Kreatin. Schön schön. Hier rein. Haut in die Hautkiste. Da rein.